Teil 3 – Lösungswege diskutieren – Telk B2 Beruf Beispiel 23 Situation Sie arbeiten in einem Restaurant, das wegen einer dringenden Renovierung für eine Woche geschlossen werden muss. Ein Kollege hat jedoch versehentlich eine große Bestellung für ein Buffet angenommen. Dieses Buffet ist für eine Firmenfeier mit 50 Personen geplant und soll in zwei Tagen stattfinden. Überlegen Sie zusammen mit Ihrem Gesprächspartner oder Ihrer Gesprächspartnerin, wie Sie in dieser Situation vorgehen können. Lösung Es gibt da ein Problem. Wie du weißt, schließen wir unser Restaurant wegen Renovierung für die nächsten 15 Tage. Ja, das weiß ich. Ich habe noch nicht verstanden, was das Problem ist. Unser Kollege hat leider eine große Buffet-Bestellung für eine Firmenfeier in den nächsten Tagen angenommen. Wirklich? Wir müssen sofort handeln, sonst wird das ein großes Problem. Ja, stimmt. Wie können wir das Problem umgehen? Wie wäre es, wenn wir mit dem Kunden über das Problem sprechen und erklären, dass unser Restaurant geschlossen ist? Das finde ich nicht in Ordnung, die Kunden könnten verärgert reagieren. Ja, stimmt. Wäre es vielleicht besser, wenn wir die Bestellung an ein nahegelegenes Restaurant weitergeben und das Buffet dort liefern lassen? Einverstanden, aber wir sollten den Kunden auch über das Missverständnis informieren. Ja, stimmt. Was halten Sie davon, wenn einer von uns sicherstellt, dass das Buffet frisch und pünktlich dort ankommt? Wunderbar, das können wir machen. Was halten Sie davon, wenn wir den Gästen auf der Feier kostenlose Getränke anbieten? Wir haben sowieso viele Vorräte im Lager, die wegen der Renovierung sonst nicht verbraucht werden würden. Diesen Vorschlag finde ich gut. Zunächst müssen wir ein Restaurant finden und die Bestellung weitergeben. Ich erledige das sofort. Okay, ich werde den Kunden über die Änderungen informieren und Ihnen versichern, dass alles pünktlich sein wird. Ich werde mich auch entschuldigen. Prima. Bitte finden Sie die Beispiele für Sprechen Teil 2 und Sprechen Teil 3 im unten angegebenen Link in der Beschreibung. Prima. Die Beispiele für Sprechen Teil 2 und Sprechen Teil 3 und Sprechen Teil 3. Vielen Dank.